Sie haben den Sekt bestellt? Ja. Am Anfang nehmen wir die Flasche heraus und trocknen sie einmal ab. Also wer bestellt der Pultrosi Reserv aus dem Haus in Mallard in Niederösterreich geschützter Ursprung? Darf ich die Flasche öffnen? Ja. Perfekt. Wenn wir die Flasche präsentiert haben, dann stellen wir sie auf der rechten Seite von unserem Servierhang ab und lösen wir einmal die Karpfen. Genau. Danach geben wir die Flasche in den 45 Grad Winkel. Und drehen die Agarfe auf, aber lassen sie auf der Flasche oben. Wenn wir den Korken heruntergetan haben, riechen wir kurz daran und machen eine Probe, ob er sehr fehlerfrei ist. Und dann reinigen wir unseren Flaschenhals. Darf ich hier einen kurzen Probeschluck nehmen? Ja. Beim Probeschluck halten wir die Flasche und das Glas in den 45 Grad Winkel, damit die Perlage auch nicht verloren geht. Einmal frei. Ja. 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 Dankeschön. Wenn wir fertig eingeschenkt haben, gehen wir die Flasche wieder zurück in den Reifenlauf. und legen unsere Weinserviette drüber, räumen den Tisch ab und dann verlassen wir den Tisch. Dankeschön. das Wiener Szen an! Ja. Da. Ja. Das ist ganz gut. Ja. Ja. Also, die Flasche, die Flasche, die Flasche sind gerade auch schon im - und jetzt auch schon mal ein paar Minuten. Und wie empezar die Flasche? Ich bin wie lange auf die Flasche, die Flasche selbst getrennt, das alles gut. Und wenn ich die Flasche selber habe, das alles w conspricht, Bis zum nächsten Mal.